Die Entstehung von Sternen. Da kommt sofort das altbekannte Herzsprung-Rassel-Diagramm in den Sinn. Die Entwicklung von Himmelsobjekten in einem entschlüsselten Muster bestimmt durch ihre Anfangsmasse und ihr Ende als weißer Zwerg, roter Riese oder in einer gewaltigen Supernova-Explosion. Scheint alles doch ziemlich klar zu sein, aber eben irgendwie auch nicht. Das ist jetzt physikalisch kein riesiges, ungelöstes Problem grundsätzlich, aber es geht eben da mittlerweile schon um die Details. Also was machen diese Sterne im Detail mit ihren Magnetfeldern? Wie erzeugen sie Magnetfelder? Wie entwickeln sie sich? Wie entwickeln sie sich in den ersten paar hundert Millionen Jahren? Das unterscheidet sich sehr stark. Und in diesem Bereich müssen wir sehr viel verstehen, was die Stellarphysik angeht. Das ist natürlich so ein Spezialbereich, der jetzt nicht so, ich sag mal, nicht so sexy ist wie Exoplaneten. Die Frühgeschichte eines Sterns ist also auch für die Entstehung von Planetensystemen von großer Bedeutung. Deren Variabilität überrascht Astronomen immer wieder aufs Neue. Und wie bei den Planetensystemen scheint es auch bei der komplexen Entstehung von Sternen große Unterschiede im Detail zu geben. Man muss sich immer einmal klar machen, dass wir im Grunde nicht ein einziges planetares System um andere Sterne kennen, was auch nur im Entferntesten so aussieht wie das Sonnensystem. Kein Planet des Sonnensystems würden wir mit Methoden, die wir heute beherrschen, überhaupt finden. Wir sind eigentlich immer noch blind unserem eigenen System gegenüber. Und alles, was wir sonst bisher gefunden haben, sieht anders aus. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Wir haben natürlich irgendwo auch schon damit gerechnet, dass es vielleicht auch noch was anderes gibt als das, was wir hier von zu Hause kennen. Aber diese Fülle, diese Größe an unterschiedlichen Möglichkeiten, der erste Planet, der gefunden wurde, 51 Pegasi, ist ein Planet, den man mit Jupiter vergleichen kann. Von der Größe und der ist Gewichts her. Der Stern ist auch so ähnlich wie die Sonne. Aber dieser Planet hat eine Umlaufdauer von viereinhalb Tagen. Dann ist er einmal rum um seinen Stern. Das ist was komplett anderes. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass es sowas irgendwo da gibt. Es war nie theoretisch ausgeschlossen. Aber wenn jemand gesagt hätte, wir müssen machen eine Messkampagne, um sowas zu finden, dann hätten alle gesagt, nee, das kannst du mal lassen. H. L. Tauri ist so ein junger Stern, der mit dem ALMA-Radioteleskop seit einiger Zeit sehr genau analysiert wird. Astrophysiker haben festgestellt, dass der Formationsprozess der Planeten in der Wolke aus Staub und Gasen dort schneller als erwartet voranschreitet. Erkenntnisse, die einige der bisherigen Modelle jetzt vom Tisch fegen. Und das sind dann so die Details, die man dann anfängt, sich wirklich spezifisch zu überlegen, wenn man weiß, dass es diese Objekte auch gibt. Und wenn man auch weiß, dass es sich auch physikalisch lohnt, darüber nachzudenken. Vielen Dank. Vielen Dank.